Mir ist gerade aufgefallen, dass das Video keinen richtigen Anfang hat, quasi, weil ich damals am sogenannten, damals, ich rede vom 10.7., am Tag, als wir, oder als ich mit meinem Vater und meiner Schwester eine Bergtour gemacht haben, auf den Aktensteinen, bei Füssen, ich weiß nicht, ob wir das kennen, gemacht habe, ich habe da Sachen aufgenommen, beziehungsweise, also, ja, paar Videos und Bilder gemacht von, die wollte ich auch in ein Video packen, einfach, weil ich Bock hatte und weil ich, ehrlich gesagt, die Landschaft richtig krass geil fand, ich habe aber keinen richtigen vlogartigen Anfang, deswegen schneide ich jetzt das einfach vorne hin und dann wünsche ich viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020